Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Kalancho ist eine Pflanzengattung, die hauptsächlich in den Tropen und Subtropen beheimatet ist und in der Volksmedizin vieler Kulturen eine lange Tradition hat. Sie wird seit Jahrhunderten in der traditionellen Medizin verwendet und hat in den letzten Jahrzehnten aufgrund ihrer potenziellen krebshemmenden Wirkung zunehmend Aufmerksamkeit erregt. Kalancho wird traditionell zur Behandlung von Wunden, Entzündungen und Krebserkrankungen eingesetzt. In verschiedenen Studien wurden die Wirkstoffe der Kalancho auf ihre Wirksamkeit gegen verschiedene Krebsarten, darunter Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und Prostatakrebs, untersucht. Die Wirkstoffe der Kalancho zeigten eine signifikante Hemmung des Tumorwachstums und eine Reduzierung der Metastasenbildung. Ein weiterer interessanter Aspekt der Kalancho ist ihre Fähigkeit, die Nebenwirkungen von Chemotherapie und Bestrahlung zu reduzieren. Diese Behandlungen können oft unangenehme Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen und Haarausfall verursachen. Die Inhaltsstoffe der Kalancho können dazu beitragen, diese unerwünschten Nebenwirkungen zu lindern und die Lebensqualität der Patienten während der Krebsbehandlung zu verbessern. Verschiedene Arten von Kalancho enthalten eine Vielzahl von bioaktiven Verbindungen, darunter Flavonoide, Sterole, Alkaloide, organische Säuren und andere Substanzen. Diese Verbindungen haben eine entzündungshemmende und immunmodulierende Wirkung, die bei der Bekämpfung von Krebszellen und der Unterstützung des Immunsystems von Bedeutung sind. Insbesondere die Kalancho pinata und Kalancho de Grimontiana haben in der wissenschaftlichen Forschung aufgrund ihrer Wirkstoffe BE der Bekämpfung von Krebs gute Ergebnisse gezeigt. Besonders interessant ist der Wirkstoff Bufadienolid. Studien legen nahe, dass Bufadienolide antiproliferative und proapoptotische Eigenschaften aufweisen. Das bedeutet, dass sie das unkontrollierte Wachstum von Krebszellen hemmen und den programmierten Zelltod bzw. die Apoptose in den Krebszellen induzieren. Flavonoide sind ebenfalls enthalten. Es handelt sich dabei um sekundäre Pflanzenstoffe, die als Antioxidantien wirken und somit Entzündungen bekämpfen und den Organismus vor Schäden durch freie Radikale schützen können. In verschiedenen Studien wurden positive Effekte von Bufadienoliden und Flavonoiden auf Krebszellen beobachtet, insbesondere in Bezug auf bestimmte Krebsarten wie Lungenkrebs, Brustkrebs und Leukämie. Forscher untersuchen intensiv die molekularen Mechanismen, durch die die Wirkstoffe der Kalancho diese Krebszellen beeinflussen, um ihre potenzielle Anwendung in der Krebstherapie besser zu verstehen. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Kalancho-Pflanze in Zukunft eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuer Krebstherapien spielen könnte. Insgesamt bietet die Kalanchoe mit ihren potenziell krebshemmenden Wirkstoffen und ihrer Fähigkeit, die Nebenwirkungen der konventionellen Krebsbehandlung zu lindern, vielversprechende Ansätze im Kampf gegen Krebs. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über Kalancho und ihre Eigenschaften zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!